also wirklich davon kann man nicht genug haben wer das kennt kennt den geschmack und wer das nicht kennt muss das unbedingt nachmachen schlomo und herzlich willkommen zu meinem video heute möchte ich eine pizza machen und zwar spezielle pizza die nur bei uns gibt und dazu sage ich alia das sieht so aus dass es leicht dass dazu habe ich ja ein video das ist schon gekocht und im fett ist auch sehr haltbar lang gehaltbar jetzt mache ich den teig ja für den teig habe ich ja 500 gramm mehl und teelöffel salz und halbe würfel frische hefe drei esslöffel olivenöl und wasser ungefähr 300 milliliter aber ich gebe immer nach und nach und schaue wie viel ich brauche ja und jetzt fand ich an hier tue ich die frische hefe hier in der mitte und gebe bisschen lauwarmes wasser dazu und mit dem händen werde ich so mischen so und den salz so und so und so so und so so und so und so und ein klein bisschen olivenöl kommt so hier drauf so und so und so so und so und so so und dazu habe ich ein kleiner zwiebel klein geschnitten eine c knoblauch eine c knoblauch teelöffel salz oregano und minze nach belieben also einen guten teelöffel oregano habe ich und ein bisschen minze und paprikapulver und schwarzen pfeffer und ein esslöffel tomaten mal und dann nehme ich von der dose die gehackte tomaten die schmecken besser als frische im moment weil es jetzt winter ist und hier habe ich ein bisschen öl brate ich zuerst die zwiebel und knoblauch und dann kommen die andere zutaten so 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 und jetzt lasse ich so ungefähr so sieben bis zehn minuten köchen so 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 wie gesagt zwischen sieben und zehn minuten am ende wer möchte kann kurieren und und wenn nicht dann so ich mache einfach so drauf und meine so sagen meine kinder die macht süchtig so so jetzt ist schon 50 bis eine stunde mein teig ist verdoppelt ich hatte ihn in einen warmen ort getan nicht hier und so sieht aus so und jetzt macht bisschen mehl hier darunter so so man kann hier so paar minuten so lassen und dann ausrollen oder einfach direkt ich mache einmal so direkt denn das ist so und jetzt lasse ich 10 minuten so bis 15 minuten ausruhen bis mein ofen so vorgeheizt wird dann kommt der belag drauf jetzt waren schon 15 minuten mein herz ist auch jetzt vorgeheizt und jetzt kommt die den belag jetzt hier tomatensoße die soße habe ich nicht puriert ihr könnt auch aber purieren ich gebe einfach so so klein bisschen so käse und dann hier ist die spezielle also alia das ist wie diese fleisch gekocht ist speziell im salz gelassen also dazu habe ich ein video ihr könnt gerne nachschauen und weil das ist schon gekocht so und dazu passt bisschen zwiebel so und bisschen paprika ja ein bisschen auch paprika rote paprika habe ich und tomaten nach belieben also kann man auch bisschen das sind cocktailtomaten oder cherrytomaten und ich klein geschnitten und jetzt kommt käse so das ist die andere pizza mit thunfisch und salami so ja so so meine beiden pizzen sind fertig das ist die pizza und das ist tun fisch salami pizza beide sind sehr lecker jede war ungefähr 15 minuten im vorgeheizten backofen bei 230 grad und ja das war's mit meinem video ich hoffe mein video hat euch gefallen und ihr werdet nachmachen das ist ein sehr leckeres essen warum soll man pizza bestellen wenn man zu hause machen kann deswegen also dieses fleisch ist ein spezielles fleisch ist speziell gemacht ja dazu habe ich schon gesagt dass ich ein video habe kalia deswegen das heißt zur abin pizza und jetzt werde ich schneiden und ja und an dieser stelle sage ich tschüss bis zum nächsten video macht gut also wirklich davon kann man nicht genug haben wer das kennt kennt den geschmack und wer das nicht kennt muss das unbedingt nachmachen zuerst die kalia also schon vorkochen und dann dann die pizza und dann die pfügel Untertitelung des ZDF, 2020